Jo, da wären wir wieder. Ja, wir sind im Hauptmenü, wegen einer Kleinigkeit und zwar durch die ganzen Updates, die gemacht werden mussten, ist wieder ein bisschen was durcheinander gegangen. Aber keine Sorge, an der Welt ist alles heil, nachdem Sofa, Tal, Dark Mark und ich gestern stundenlang im TS dann rumgebastelt haben. Und zwar müssen wir jetzt nicht ein Spiel laden, wie sonst normalerweise, sondern ich muss ein neues Spiel starten und zwar ein Custom Szenario. Und da ist mein Speicherstand. Great. So, das heißt wir sind genau da, wo wir eben gerade aufgehört hatten. Nämlich hier, wo ich der Stein mitnehmen wollte, um die Mauer zu bauen. Forschung ist auch noch alles da. Warum ich das jetzt gemacht habe, ist folgende. Also, als man mit 1.0.0 von Ditec angefangen hatte, war einiges kaputt. Also zum einen wuchsen die Bäume nicht, außer man hat den Tree Farm Mod installiert, man konnte die Furnace nicht ordentlich bauen und was war da noch? Es gab noch ein paar kleinere Sachen. Naja, dann gab es ein Update, wodurch die Bäume gewachsen sind. Da musste man allerdings, wenn man die Welt weiterspielen wollte aus 1.0.0, ein paar Änderungen machen. Diese Änderungen haben zu weiteren Wachs geführt. Nämlich, wenn ihr mal auf die Karte guckt, sind da unten, das ist auch sehr schön gerade, diese drei Punkte, das sind die eigentlichen Lavafelder, die hier waren, vor dieser Folge. Da waren da drei Lavafelder, da zwei Lavafelder und hier waren ein paar. Was jetzt allerdings passiert ist, als ich diese Folge aufnehmen wollte, vor den ganzen Änderungen, war, ich bin hier hingelaufen und wollte anfangen, Lava zu bauen, aber die Lavafelder waren weg. Wie die jetzt auch verschwunden sind. Habt ihr gemerkt? Hier habe ich gesagt, waren drei und hier waren auch noch drei. Die drei sind verschwunden. Und die drei sind nur da, weil ich sie nachträglich eingefügt habe. Weswegen wir jetzt auch ein Szenario spielen und kein eigentliches Spiel. Den ganzen Zaubertrick zeige ich gleich nochmal. Da oben sind zwei Lavafelder. Ich laufe weiter in die Richtung. Weiter in die Richtung. Ich hoffe, ich komme dem Spawner nicht zu nah. Und plupp, Lavafelder sind weg. Das heißt, dadurch, dass ich diese Welt, diese 1.00 Welt behalten habe und nicht nur angefangen habe, sind alle Lavafelder in dieser Welt vernichtet worden. Was es ein wenig schwierig macht, weiterzuspielen. Aber es gab da einen netten Trick, den hat er teilweise herausgefunden gehabt. Und zwar, unten in der Beschreibung von dieser Folge ist ein Link in das Forum. Und da gibt es einen Konsolenbefehl, den man eingeben kann. Und damit werden Save Games in Szenarios umgewandelt. Und Szenarios kann man im Map-Editor editieren. Das heißt, ich habe das Ganze dann gemacht. Habe das Ganze hier als Szenario editiert und habe dann ungefähr an dieselbe Stelle halt wieder drei Lavafelder hingesetzt. Das gleiche habe ich auch im Nordosten gemacht. Also hier im Nordosten sind ja da drei Lavafelder. Und da zwei, ich glaube, ich habe irgendwo hier einfach drei neue gesetzt. Das heißt, die einzigen Lavafelder auf dem gesamten Planeten, die es gerade gibt, sind die drei hier und die drei da. Aber die dürften ja eigentlich reichen. Weil die sind am Anfang sehr ergiebig, wie die normalen ja auch. Aber nach und nach gehen sie halt runter auf den Minimalwert, ähnlich wie bei dem Öl. Aber ich denke mal, sechs Felder werden reichen. Ist halt nur problematisch, dass sie außerhalb der Basis sind, aber das müssen wir uns dann erschließen. Ich hoffe, falls ihr denselben Bug habt, dass ich euch damit helfen konnte, weil das war echt frustrierend gestern. Wollte eigentlich schlafen gehen und dann plötzlich klopft Sofa im TS an und sagt, ey du, Lavafelder sind weg. Habe ich gleich hier im LP auch nachgeguckt, war auch alles weg. Habe einen halben Anfall bekommen, weil ich dachte, ich muss die Welt jetzt neu starten, worauf ich echt keinen Nerv gehabt hätte. Aber gut, genug Vorgeplänkel. Es funktioniert alles wieder so, wie es funktionieren soll. Wir wollten jetzt die schnellen Ärmchen setzen, wir wollten die Mauer weiter hochziehen und nach da ziehen. Und wir wollten gehen in Richtung Robotics, richtig? Richtig, Research Robotics. Da ich jetzt schon fast vier Minuten geredet habe, könnten neue Steinziegel da sein. Du bist leer. Ja, du bist leer. Immer weniger. Komm mit, komm mit, setz da wieder einen rauf. Setz da auch gleich eine Schmelze hinter, damit wir das auch noch abbauen können. Rein, rein. Wie viele haben wir jetzt? Ja, ein paar. 150 Mauern. Könnte eine Weile reichen. Hm, was zuerst? Das da zu oder das da oben zu? Das da oben zu, ne? Ja, ist eine dezente Sicherheitslücke. Geh mal nach oben. Es wird hoffentlich auch gleich wieder hell. Das war ein europäisches Zeitsystem, ne? Also mit, ähm, 14 Uhr, 15 Uhr und all sowas. Wobei das komisch ist mit der Zeit. Ja, das klang gerade ein bisschen zu philosophisch. Ne, ich meine, dass die Amerikaner halt AM und PM benutzen, deren Militär allerdings unser Zeitsystem benutzt. Also wenn ein Militärmensch in Amerika sagt, 1400, äh, 1400, dann meint er halt 14 Uhr. Also 2 Uhr nachmittags, PM. Ups. Ja, ist halt komisch. Was heißt drum? Es wird... Was? Zeit läuft nicht. Aber ja, das sind die lustigen Liebeneffekte, wenn man die aktuellsten Versionen spielen will. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir weiterspielen können. Das mit der Uhr behebe ich dann bis zur nächsten Folge hoffentlich. Ist nur ein wenig ärgerlich, dass ich jetzt mehr Zeit damit verbringe, die Bugs von dem Ditec-Auto zu beheben, als aufzunehmen. Aber gut. So. Ich ziehe jetzt einmal hoch. Das geht auch schneller als gedacht. Äh. Ah, da ist noch ein Stick. Okay. Sauber. Zack, zu. Gut. Türme habe ich natürlich nicht gebaut, ne? Nö. Wäre auch zu praktisch gewesen. Bau mal die Türme. Dann setzen wir die so verteilt ein bisschen hier hin. Und ich würde gerne... eigentlich irgendwo, wo kein Wald ist, ne Mauer rüber setzen. Ich glaube, ich setze eine Mauer von da nach da und von da nach da rüber. Einfach, weil wir dann weniger Mauern setzen müssen. Und das Wichtigste ja schon in der Basis dann drin ist. Also die ganzen Kupferfelder hier und so. Ja, das klingt gut. Und die Mauer können wir dann später, wenn wir das ganze Gebiet hier brauchen, einfach abreißen und dann hier weiter in die Richtung expandieren und das da auffüllen und so. Und das hört sich sehr gut an. Also gib mir bitte den Turm. Äh. Ja, Muni hätte ich wohl auch bauen sollen. Die keine... Ja, doch, mach auch ein bisschen Schrotflitten, Muni. Das ist okay. So, davon noch ein wenig mehr. Ein Turm noch da. Ein Turm so da. Das wird niemals nicht aufgehen, aber wenigstens ein bisschen Abdeckung habe ich. Weil ich denke mal, wenn die Beißer angreifen, also sagen wir mal, sie greifen genau da an, wo die Türme sich... wo keine Abdeckung der Türme ist, dann knabbern sie ja einmal durch die Mauer durch. Dann werden sie aber irgendwann die Türme erschnüffeln und in Richtung Türme laufen und dann erschossen werden. Solange es halt nur Small und Medium weiter sind. Sobald der erste Big weiterkommt, haben wir ein Problem. Oh, hier ist schon der nächste Turm. Ja, sauber. Okay. Das heißt, es geht jetzt zurück zur Basis. Warum ist da ein Loch? Warum... Okay, ich hab noch welche. Stand bestimmt ein Baum oder sowas. Haben wir noch irgendwo Löcher im System... in der Mauer? Ja. Da unten, ja, aber ist nicht so wichtig. Ja, ist okay. Karte Wechsel. Ja. Also nicht schön, dass ich immer wieder Lücken lasse. Aber jetzt sollten wir ein geschlossenes System haben. Was mir halt ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir hier oben keine Kontrolle drüber haben. Also wir sehen nicht, was da passiert. Warum sehen wir eigentlich, was hier unten passiert? Nur wegen dem... Radar, ne? Das heißt, wir könnten das einfach hier hoch erweitern. Unser sehr schön aussehendes Mastensystem. Und dann hier irgendwo eine Radaranlage hinpacken. Denn sehen wir, wenn so ein Stoßtrupp da hinkommt zum Scouten und wir sehen auch den größeren Trupp, der dann versucht, die Basis aufzubauen. Ja, das klingt nicht schlecht. Er braucht wieder ein bisschen mehr Strom, aber klingt nicht schlecht. Meine Pickaxe ist kaputt. Bau... Was? Mining Power 4? Mining Power 4. Nein, ich will keinen Zink verbrauchen. Danke. Ah, Simple Repair Packs. Simple Repair Pack for the Player. Ach so. Damit kann ich jetzt nicht die ersten Roboter ausstatten. Schade. Ich hätte da schon ganz gerne so einen kleinen Puffer vorher gehabt, bevor die ersten Roboter kommen. Aber wir haben ja noch nicht mal Logistikisten. Also, ganz ruhig bleiben die Roboter. Ganz ruhig. Kämpf dich hier durch. So. Gib mir... Mehr Steine für mehr Mauern. Gib mir Kupfer. Das eine Kupferfeld ist schon fast leer, aber das ist okay. Wir haben hier recht viel Kupfer. Wir haben da oben noch ein viel größeres Kupferfeld. Wir haben da unten noch viel mehr Kupfer. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen drum mache, ist Eisen. Weil das nächst größere Eisenfeld wäre da. Und Kohle. Aber, ne? Kohle arbeiten wir ja schon gegen an. Dass wir auf die Fuel Blocks umstellen, die da... Um nur weniger Kohle zu verbrauchen. Deswegen gib mir die mal mit. Die paar Stacks da. Gib mir das ganze Plastik. Hau hier noch ein bisschen Kohle rein. Ich schau's mir den Tanks aus. Schwefelsäure wird voller. Petroleumgas füllt sich aber auch. Leichtöl auch. Schweröl auch. Gut, gut. Bei dir hapert's an irgendeinem Wasser. Ein Stack davon, ein Stack davon. Zwei Stacks davon, zwei Stacks davon. Das heißt, du läufst jetzt so lange, bis der Capacitor weg ist. Also jetzt. Sehr gut. Schön, dass ihr hier gerade 400 Ressourcen reingestopft habt, die wir gar nicht mehr verwenden können da unten. Und Öl lässt durchgehen am Brennen. Schön, schön, schön. Das heißt, wir machen jetzt noch eine Schleife hier. Müssen wir hier gar nicht mehr wieder runtergebracht. Ach ja, das ist ja so ein super Service von dem Fließband. Und grüne Tränke laufen nicht, weil keine Ärmchen da drin sind. Das sollten wir auch gleich beheben, sonst wird die Forschung nie fertig. Da und da. Du bekommst mal wieder alle grünen Chips für eine Weile. Rest reicht, ne? Ja. So, bekommst alle grünen Chips. Du hast volle Kisten, brauchst nichts mehr. Blaue Ärmchen da. Äh, so rum. Oben rein, unten raus. Oben rein, unten nicht raus. Oben rein, unten raus. Oben rein, unten raus. Und alle. Du kriegst, was? Du kriegst Kupferplatten. Damit du Draht herstellst, damit du Draht rübergeben kannst. Das zum einen hier hin. So, so, so. Zum anderen aber auch hier hin. Du bist falsch rum. Du, was brauchst du? Eisen und Kupferdraht. So. Genau, jetzt werden die Capacitors wieder hergestellt, damit wir wieder Batterien herstellen können. Wenn wir Batterien hier reinschmeißen können. Dir fehlen grüne Ärmchen. Ja, das tut mir leid, die werden noch eine ganze Weile fehlen. Weil wir brauchen für alles grünen Chips. Und davon haben wir gerade nicht so viel. Und das, das wir haben, würde ich eigentlich lieber investieren, um normale Ärmchen herzustellen. Um grüne Science Packs herzustellen. Macht für mich am meisten Sinn. Dass wir das erstmal erforschen als, ne? Das hellblaue Zeug schon so früh. Wie schaut's mit Eisenüberschuss aus? Ja, Kiste sagt okay. Forschung ist am Laufen. Bau bitte. Damit das Inventar-Bastelding da ausgelastet ist. Und währenddessen ersetzt sich mal die Kohle hier unten. Mit Fuel Blocks. Wobei ich vorher gucken will, was für einen Brennwert die haben. Kohle hat einen Brennwert von 8 MJ. Fuel Block von 25. Dafür passt in den Kohle-Stack 200. Es wären also 1600 MJ. Und hier wären es 1250. Ja. Trotzdem zwei sollten reichen. Raus. Zwei rein. Wobei, warte, du gefüllst die beiden schon mit Fuel Blocks, ne? Ja, dann setzt man sie da hinten zuerst. Raus, raus. Äh. Ja. Hab nicht dran gedacht, dass ich zweimal 100 bräuchte. Und die da hinten müssen weg. Die irritieren mich total. Weg. Weg. So. Gut, also Fuel Blocks regelmäßig abholen. Da reinhauen. Die weiter auffüllen. Und den überhaupt erstmal auffüllen. Das ist okay. Ihr. Kriegt jeweils mal ein bisschen Eisen, um Stahl herzustellen. So. Rubber brauchen wir immer, denn ich kann ignoriert werden. Du bist bald alle. Können wir da auf die andere Seite einfach noch was draufsetzen. Das ist okay. Dich nehme ich mal mit. Und euch nehme ich mit. Und haue ich hier rein. Du hast schon alle verbraucht. Oh Gott. Also es sind zwei Chips pro Ärmchen. Oh Gott. Hier. Wir haben auch bald keine Fließbänder mehr. Hm. Ha 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 ha. Gib dem Fließbänder. So. Grüne Tränke kommen. Aber es kommt nicht weiter als die ersten vier. Doch. Okay. Also rauslegärmchen auch noch schnell machen. Ähm. Ja. Machen wir mit dem Spielercrafting. Wobei es daran nicht wirklich mangeln wird, oder? Ne. Rauslegen ist nicht so wirklich das Problem. Beim Kupferdraht vielleicht. Ja. Aber da haben wir schon ein Ärmchen. Dann bräuchten wir eigentlich noch ein schnelleres oder ein zweites Ärmchen, das rauslegt. Aber gut. Ich möchte jetzt erstmal das mit der Zeit da beheben. Das heißt, ich speichere jetzt ab. Behebe die nächsten Back. Und wir sehen uns dann gleich wieder.